und damit herzlich willkommen zurück zu anu 18 und ab willkommen zurück willkommen zurück in ditchwater was führt sie zu uns einige umbaumaßnahmen ich würde gerne umbauen fischerei ich müsste ich doch haben oder nicht ja ob bist du lange halle die kann ja dass das kapital war nie willkommen ein schiff erster klasse ja kapital war nie darf ich mein konto da habe ich auch ein konto genau ja lass uns gucken ist eine kleine insel und hier können wir jagen na genau wir können aber auch lass mich kurz überlegen lass mich gucken da muss ich hin herrlich und kann schon anders kann schon so so brot brot habe ich brot jetzt mittlerweile hier so bäckerei rhein im brot geht hoch ja weizen bleibt unten dafür habe ich aber das mehl das ist nicht schlimm ich habe keinen den ich hier reinbauen kann abteilungsleiter ja geil wartungskosten minus sechs prozent sehr schön sie haben an einfluss gewonnen optimierung genau da ist es doch abteilungsleiter sehr schön da könnte ich aber da alte welt jetzt worte ich hab doch hier lass mich mal eben gucken wo ist hier mein handelshaus erwarten erwarten neue horizontale also da bist du schnell wo ist jemand nach da den hier getreidefarmen und für kartoffelfarmen hätte ich gerne auch eine sie sind eine geradezu vielschichtige person die fensterfabrik neue eingangswaren großküche weinberg alle krankhäuser schnapsbrennerei brauerei bierbrauerei kraftwerk schneiderei mein werk ok der hilft mir nicht weiter ich machte mal ganz kurz wartet mal ganz kurz audio so ja mir platzte mich gerade die ohren und dem musste ich kanonen liefern ne ist hier jetzt ein schiff auf dem weg runter du genau du hast die kanonen sehr gut eine qualle ich würde halt gerne sich worte den hafen verschönern der gefällt mir nicht der gefällt mir einmal gar nicht der gefällt mir einmal gar nicht und zwar depot guck mal ich würde den gerne so dann lassen wir die auch aufsteigen den setze ich da hin da passt du nicht mehr hin so die setze ich da hin so angler dankeschön dankeschön so den könntest du auch noch da hinsetzen ne das sieht gut aus so dann habe ich hier meinen großen kontor den baue ich mir da hin den baue ich mir da hin ihre stadt ist attraktiver geworden der muss echt da stehen bleiben ach weil er dann das fault lässt den atem verdorren das weil er da nicht verbunden war ne die menschen lassen sie hochleben weil der nicht verbunden war so weil der nicht verbunden war den kann ich da hinstellen den stelle ich mir da hin und den würde ich gerne neu bauen hier weil der gefällt mir nicht der gefällt mir nicht auf die alte dame ist verlass also da mal einsammeln hier liegt nämlich ein bisschen treibgut rum so dann kann ich den nämlich jetzt den würde ich gerne davor setzen sind sie so weit überaus reizend so so der raus so dann kann ich nämlich jetzt ach so ok ok gut zu wissen ja den baue ich neu den baue ich neu den bauen wir neu das machen wir alles neu das gefällt mir nämlich nicht so und zwar ein museum kann ich bauen ja sehr geil und eine universität wo ist meine speicherstadt das raus ja sehr schön ich verlade Kai guck mal das ist ja gar nicht so einfach das ist gar nicht so einfach das ist gar nicht so einfach depot so so das geht auch ne sehr schön modul obergrenze erreicht ok anlegestelle hafenmeisterei verladekai exportbüro das geht nicht einmal gibt auch nur einer ach so das ist aber auch ein bisschen blöd ne die menschen lassen sie hoch leben der muss da bleiben so dann mache ich das so dann habe ich hier noch ein depot so so Sieht das besser aus? Ich würde gerne halt hier noch irgendwas hinbauen, ne? Ja, ich würde gerne mal hier hinbauen. verladen export büro so eine krankheit ist ausgebrochen ich brauche ein hospital wo baue ich das hin wo baue ich das hin oh jetzt muss ich mich beeilen das ist unser gutes recht das passt nicht scheiße wird's aus schiff unter beschuss wer so lebt muss ja krank werden das hat nicht heißen oder übernehmen die menschen lassen sie hoch leben kommen wir denen da hin so das gefällt mir hier noch nicht richtig so das gefällt mir noch nicht richtig könnte ich aber auch so bauen das gefällt mir noch nicht so so arzt besuch okay die werden auch okay dann brauchte ich aber hier auch noch einen hin so habe ich den auch so dann habe ich hier einmal so und den setzt sich daran wunderbar das sieht doch gut aus das sieht doch gut aus müsste ich hier oben auch einen haben wunderbar so du kommst mal zurück depot und der beschuss schon wieder da so langsam geht die medizin auf die nüsse ne ich hab kein verladet so oh und da noch eine hin das sieht gut aus das lassen wir jetzt erstmal so das lassen wir jetzt erstmal so lüde lass uns gucken wir können wir können wir können ein museum bauen jetzt ist die frage wohin mit dem museum und wohin mit der universität dann baue ich die dahin und dann baue ich das museum würde ich dann hier fast hier unten schon reinbauen das kann schon oben hinbauen wir kümmern uns hier um alles die epidemie wurde besiegt sehr schön sehr schön das setze ich mir auch hier oben irgendwo rein weil ich da unten nicht brauche aber warum soll ich es kaputt machen das war doch da hin vor dahin so setzen wir das einfach dahin drei drei so so dann dann den dahin die wahren stapeln sich hier ist frisch jeden lagerhaus nach eventueller weise und tschüss ich brauche kein lagerhaus hat sich gerade erledigt hat sich gerade erledigt so da passen häuser rein da kann ich da weiter bauen so das raus ich glaube dann werde ich das museum hier rein bauen ich weiß nicht wie groß es wird 30 steine fehlen mehr ich habe keine steine mehr hier gut weil ich könnte doch dahin setzen ne ich das dann da hinsetze ich das dann da hinsetze so zeitung stammt die ufer bänke wäre natürlich auch cool jetzt hier ne die E.O.S. gestapelte fässer keinerlei verpflichtungen ein leuchtturm 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 cool 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 nee der sieht nicht gut aus der sieht nicht gut aus alter du kannst hier so viele sachen machen du kannst hier so viele sachen machen das ist der wahnsinn echt ist echt der wahnsinn scheiße die menschen lassen sie hoch leben sehr schön leere ausstellung eins so packt man die nämlich noch da rein dann den da rein so dann brauche ich mich jedenfalls noch einen kleinen platz mit dings hin mit blumen und allem tanke diesen lernt man sein zu hause zu schätzen das taucherglocke alles so sind diese kolosse in bewegung Alter, wie geil ist das denn bitte? Das geht nicht. Oh mein, ey, wie weh. Oh, schade. Oh, mit den Leiden, ach, mit den Bänken hat mir das besser gefallen. Mit den Bänken hat mir das besser gefallen, also definitiv. Oh, sieht der geil aus. Oh, da bin ich ja schon fast gewählt. So. Da war die Bootsfahrt ja schon der Fall. Sieh mir fest in die Augen. Ganz fest. Du fühlst dich so müde. Müde und hilfsbereit. Mal sehen, was du heraufbeschwörst. Äh. Auf die alte Dame ist verlass. Kurs gesetzt. Du raus. Du raus. Kloppe bereit zum Feuern. Die versenken bitte, so. Und wir bauen hier an unserer Promenade weiter, bevor wir die Folge beenden, weil die würde ich gerne noch zu Ende bauen. Meine Augen brennen. Du schiffst ein ganzes Weg, wenn du schaffst. Wir sind müde, Papa. Wir wollen nach außen. Wir sind müde, Papa. Ach, das sind Dings, ne? Ich kann es wieder versinken. So, guck mal. Alter, sieht das geil aus. Sieht das geil aus. Will ich, Madame, drei zum Preis von einer? Schade, dass ich da jetzt keine Straß mehr hinkriege. Schiff unter Beschuss. Wenn ihr den versenkt habt, könnt ihr nämlich direkt mit dem weitermachen. Wobei, ja, geht mal bergen. Lotto legt ab. Neue Ziele. Schiff unter Beschuss. Schau, du vor den Abmahn. Als hätten wir nicht genug Probleme. Da senkt ihr. Lotte, segel in Formation. Lotte, sieh, 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 sieh. Wiedersehen. Formation einnehmen. Komm, der ist ja schon tot. Lauf den Koordinaten an. Lotte erwartet Befehle. Bald klebt dein Blut an den Planken. Lotte bereit. Komm, komm. Ihr habt's gleich geschafft. Sehr schön. So. Wir können hier weiter bauen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.